Hallo, wir sind gerade in Bad Vilbel und da wollen wir jetzt hin. So, hier sehen wir das Riesenrad doch gleich ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie es auf dem Bad Vilbeler Markt ist. So, hier sieht man das Riesenrad, das sich leider meinem Sohn nicht fahren traut. Ich würde ja gerne mal eine Runde drehen. Ja, weil es so schön ist. Los geht's! Ah, schön! Juhu, meine Patschleuder! Ob wir mal unser Glück versuchen sollen? Jetzt ziehen wir 34 Enten. So, 2, das dauert ja für eine Weile. 20, wir steigern uns. Wir kommen dann 34 langsam. So, der Gewinn vom Entenspiel zu meinem Leibwesen. Eine Trommel. Das Ding macht uns sicher auch Spaß. Lecker Pommes mit ganz vielen verschiedenen Flügelzungen. Oh, yeah! Volles Wetter heute dazu. Ups, hier liegt ein Kopf von der Geisterbahn rum. Und jetzt gibt's noch das Kindle-Zucker-Watte. Mit Weichmeister-Geschmack, ne? Hier kann man netz sitzen. Wir trinken jetzt noch was. Und der Sohnemann hat Hunger. Okay, los geht's! Oh, mein Auto mit auf der Eisenbahn. Ja, jetzt wird das Wetter schön. Das sieht doch toll aus. Juhu, das gute alte Kinderkarussell. So, der Lüttel will jetzt auch. Oh, wow, wow. Hier braucht man auch Nerven, den ganzen Tag zu arbeiten. Aber Kinderkarussell fahren ist doch immer wieder toll. So, das Wetter wurde echt nochmal super. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Es war ein super schöner Tag hier im Bad Vöbel. Nee, 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 nee. Wie sehr? Also, ich habe Meer сделали.